Ja, die genießen das ja auch alle so, dass sie dann halt so durchgekrault werden und zwar ist schon so, so von den ersten Tagen, wenn man so merkt, oh, da ist vielleicht kneift da das Bäuchlein, dann ein bisschen Bäuchlein kraulen und alles ist wieder gut. Tja Eileen, was machen die Klappen da? Oh, sie findet die so toll, Alter, oh Gott, die hat so traurig geguckt, als sie da zuerst dann Juna da gesehen hat und ich kann sie gar nicht fassen, dass das nicht ihre sind.